Hallo zusammen, das heutige Rätsel heißt Lenz und Merz. Es geht wie folgt. Ersetze die Buchstaben so durch Zahlen zwischen 0 und 9, dass die Rechnung aufgeht. Gleiche Buchstaben bedeuten auch gleiche Zahlen. In einigen Sekunden gibt es die Lösung dazu. Viel Spaß damit! Kommen wir zur Lösung. Hier ist die Lösung. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Rätsel lösen konntet. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Rätsel. Bis bald! Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald!